Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Justin. Und ja Freunde, heute blicken wir auf jeden Fall mal auf ein neues Format. Und nein Freunde, es ist noch nicht das Format, das ich für den Dezember angekündigt hatte, sondern es ist das Format Bundesliga und zweite Bundesliga Rückblick. Einmal so im Schnelldurchlauf, was so am Wochenende passiert ist. Ähm, also ob die Mannschaften verdient gewonnen haben oder nicht, ähm, rote Karten etc., irgendwas Besonderes. Und ja, wir fangen auch direkt an dann mit Hamburg gegen Braunschweig. Hamburg, echt Glück gehabt, dass sie gegen Braunschweig gewonnen haben, weil Braunschweig hätte hier auch unentschieden spielen können. Sie haben sogar den Ausgleich geschossen, wurde aber per VAR aber erkannt. Und deswegen gewinnt Hamburg am Ende mit 2 zu 1. Also bleibt Hamburgs Heim-Serie weiterhin, ja, bei voller Punktzahl. Nächste Partie Hannover-Hertha. Hertha in der ersten Halbzeit absolut stattgefunden, in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr stattgefunden. Und dementsprechend spielst du hier unentschieden, ähm, weil wenn du in der zweiten Halbzeit dann gar nichts mehr machst, ähm, wie willst du dann auch, äh, gewinnen. Nächste Partie, und zwar kommen wir zum Samstag, ist Elversberg gegen Paderborn. Elversberg hat gegen uns absolut verdient 4-1 gewonnen. Wir sollten vielleicht drüber nachdenken, ob wir, ähm, ja, jetzt im Winter auf dem Transfermarkt in der Defensive und vor allen Dingen definitiv im Sturm tätig werden. Ähm, wir haben 3 Kontertore kassiert, so verlierst du das Spiel am Ende, aber wie gesagt, es ist verdient. Und, ähm, ja, wir bleiben weiterhin in einer kleinen Formkrise. Zwei Spiele in Folge ohne Sieg. Die nächste Partie, Rostock gegen Pauli, Erzrivalenduell. Spektakuläre ersten 25 Minuten im Ostseestadion, ja. Vier Tore schon bereits nach den ersten 25 Minuten. Und zwar hat Rostock in der neunten Minute per Elfmeter das 1-0 gemacht und dann schießt Pauli drei Tore am Stück. Am Ende geht das Spiel 3-2 aus, weil Rostock nochmal circa 10 Minuten vor Schluss nochmal einen Elfmeter bekommen hat. Aber Pauli absolut verdient gewonnen, kann man nicht anders sagen. Damit bleibt Pauli in der Saison noch ungeschlagen. Nächste Partie, Osnabrück gegen Magdeburg. Osnabrück, äh, da wäre bestimmt mehr drin gewesen. Aber Magdeburg wird sich nicht beschweren, äh, Magdeburg, ähm, auch nicht unverdient jetzt, äh, 2-0 gewonnen. Dann Magdeburg holt die nächsten drei Punkte gegen den Abstiegskampf und, äh, wird sich somit freuen und, äh, glücklich nach Hause fahren. Dann kommen wir zur Samstagsabendpartie, 20.30 Uhr, Düsseldorf-Schalke. Sehr, sehr wildes Spiel, wie man schon am Ergebnis sehen kann, 5-3. Düsseldorf führt bereits zur Halbzeit mit 3-0. In der zweiten Halbzeit fallen dann noch, ähm, ja, fünf Tore. Erst macht Schalke den Anschlusstreffer zum 3-1, dann, äh, schießt Düsseldorf das 4-1. Dann macht Schalke innerhalb von ein oder zwei Minuten, äh, den Anschluss auf 4-3. Also schießen zwei Tore in ein oder zwei Minuten. Schalke dann natürlich, umso mehr die Zeit davonlief, umso weiter haben sie hinten offen gemacht. So kassieren sie dann nachher einen Konter und verlieren am Ende mit 5-3. Schade für Schalke, gut für Düsseldorf. Fürth gegen Wiesbaden, denke ich mal, ein verdienter Sieg für Fürth. Ähm, Fürth absolut überlegen gewesen. Wiesbaden nicht so, wie man es die letzten Wochen kannte. Aber, ja, das Form, äh, die vorm stärksten Teams, äh, gegeneinander gespielt und das Duell hat auf jeden Fall Fürth gewonnen. Keiserslautern Kiel, Kiel hat den Betzenberg erstummen lassen. Vor allen Dingen Pichler mit seinem Doppelpack. Kurzer Funfact am Rande. Pichler, gut, dass der einen Doppelpack gemacht hat. Gut für mich auf Kickbase. Ja, Pichler lässt den Betze erstummen. Ich denke mal, die Lautern-Fans waren nicht begeistert. Am Ende 0-3 Niederlage aus Sicht von Lautern. Und Heuschel in Kiel fährt mit drei Punkten nach Hause. Absolut verdient. Und das letzte Spiel des 14. Spieltags. Karlsruhe gegen Nürnberg. Karlsruhe verdient 4-1 gewonnen. Ob es in der Höhe jetzt unbedingt so hoch sein musste, weiß ich nicht. Ich denke mal nicht. Aber definitiv Karlsruhe verdient gewonnen. Nürnberg nicht das gezeigt, was sie vor der Winterpause gegen uns gezeigt haben. Und Karlsruhe gewinnt absolut verdient. Und ja, holt somit auch die nächsten drei Punkte gegen den Abstiegskampf. Die Tabelle sieht dann jetzt folgendermaßen aus. Pauli weiterhin Spitzenreiter mit 0 Niederlagen. 6, 7 und 8 Unentschieden. Nur damit wir kurz mal bei Pauli reingucken können, wie deren Bilanz ist. Weil die anderen Bilanzen lese ich jetzt nicht vor. Also ich wollte nur gucken, wie die Bilanz von Pauli ist. 30 Punkte mit 3 Punkten Vorsprung auf Hamburg auf den 1. Und soweit ich weiß, spielen sogar nächsten Freitag, glaube ich, ist das. Spielen sogar Hamburg gegen Pauli gegeneinander. Spitzenduell. Derby. Sehr, sehr wildes Spiel. Ja, Hamburg auf den 2. mit 27 Punkten. 3 Punkte hinter den Tabellenführer Pauli. Dann kommt Kiel mit 26 Punkten auf der 3. Düsseldorf, 4. mit 24 Punkten. Genauso wie Fürth und Elversberg auf der 5 und 6. 7. einziger Verein mit 23 Punkten Hannover. 8. und 9. mit jeweils 21 Punkten Wiesbaden und Nürnberg. 10. 11. 12. mit jeweils 18 Punkten Hertha, Lautern und Wir. Der erste Paderborn. 13. 14. 15. mit jeweils 16 Punkten Magdeburg, Karlsruhe, Rostock. 16. Schalke mit 13 Punkten. 17. Braunschweig mit 8. Und die rote Laterne hat Osnabrück mit 7 Punkten. Ja, Freunde, das war es auf jeden Fall von diesem Video. Wie gesagt, das war ein neues Format. Es war ziemlich schnell, ja, aber darum geht es ja. Weil es soll nur ein kleiner Rückblick auf den Spieltag sein. Und nicht groß irgendein Video sein, dass ich alle Spieler analysiere. Dann würde ich sagen, Leute, das war es auf jeden Fall von dem Video. Wenn euch das Video gefällt, gerne liken, auch gerne abonnieren. Und die Glocke aktivieren. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.